Das magische Buch Band 1 Die Monstersonnenblume Erstes Kapitel Ferien bei Onkel Heinrich Lisa, hast du schon deine Sachen gepackt? Die Mutter kam ins Zimmer und war sehr erstaunt, dass ihre Tochter geschäftig hin und her lief und einen Koffer und einen Rucksack packte. Sag mal, du freundst dich wohl auf deine Ferien, hm? Na klar, Ferien bei Onkel Heinrich sind doch immer toll. Wann fahren wir denn? Na, sobald du mit dem Packen fertig bist. Aber Mama, ist doch schon alles erledigt. Ich warte doch nur noch auf dich. Kurze Zeit später saßen sie im Auto und Lisa dachte daran, was sie in den nächsten Tagen wohl erwarten würde. Jetzt waren zwar Ferien, aber ihre Eltern mußten noch zwei Tage arbeiten. Erst dann begann auch für sie der Urlaub. So wurde beschlossen, daß Lisa ein paar Tage zu ihrem Onkel Heinrich fahren sollte. Das war toll. Lisa freute sich darauf, denn der Bruder ihres Vaters war ein netter Kerl, allerdings auch ein bisschen verschroben. Er wirkte manchmal wie ein zerstreuter Professor. Onkel Heinrich lebte ganz allein in einem ziemlich alten Haus, das vollgestopft war mit vielen interessanten und geheimnisvollen Sachen. In fast jedem Zimmer gab es Regale, in denen sich Bücher und merkwürdige Gegenstände stapelten, die er von seinen vielen Reisen mitgewacht hatte. Sogar im Klo lagen jede Menge Comics rum. Der Leseratte Lisa kam das natürlich gerade recht. Außerdem gab es bei Onkel Heinrich kaum Vorschriften, an die sie sich halten mußte. Sie konnte aufbleiben, solange sie wollte, und fernsehen, bis ihr die Augen zufielen. Dann kam Onkel Heinrich, nahm sie behutsam auf die Arme und brachte sie zu Bett. Beim Essen hatten beide ziemlich den gleichen Geschmack, und so gab es dann auch sehr oft ihr Lieblingsgericht, Currywurst und Pommes. Und das Frühstück bestand meist aus Brötchen mit Nutella. Naja, nicht unbedingt die gesündesten Sachen, aber in den Ferien konnte man es sich schon mal ausnahmsweise erlauben. Nun war Lisa also mit ihrer Mutter unterwegs zu Onkel Heinrich. Die Fahrt dauerte nicht sehr lange, denn er wohnte ganz in der Nähe. Als die beiden ankamen, stand er schon am Gartentor. Ein ziemlich kleiner Mann mit einer silbernen Löwenmähne, die immer ein bisschen verstruppelt aussah. Er hatte ein freundliches Gesicht und verschmitzt funkelnde Augen, die von vielen kleinen Lachfältchen umrahmt wurden. Lisa kannte ihn nicht anders, als mit seiner alten, ausgebeulten braunen Korthose und einem nicht gerade dazu passenden bunten Pulli. Aber Mode und sein Aussehen waren für Onkel Heinrich offenbar Fremdwörter. Immer wenn Lisa ihn besuchte, blühte er förmlich auf, denn sie brachte immer viel Leben in das alte Haus. Nach einer kurzen, aber herzlichen Begrüßung ging sie erst mal ins Haus. Dort trank die Mama noch ein Glas Saft und verabschiedete sich dann. Natürlich nicht, ohne Lisa noch ein paar total überflüssige Verhaltensmaßregeln zu geben. Damit lehnte er sich wieder zurück und hielt ein Nickerchen. Das Männlein stand noch einen Augenblick da und betrachtete den Bruder mit einem Lisa kannte das Haus und auch den Garten und nachdem sie mit Onkel Heinrichs Hilfe ihr Gepäck hineingetragen hatte, machte sie erst mal einen Streifzug durch das ganze Anwesen. Viel hatte sich seit ihrem letzten Aufenthalt nicht verändert und das lag daran, dass Onkel Heinrich das Anwesen so ziemlich sich selbst überließ. Einen grünen Daumen hatte er wohl nicht, aber das war für den Garten offenbar auch gut so, denn der wuchs gerade so, wie es ihm gefiel. Und so machten Haus und Garten einen verwunschenen, geheimnisvollen Eindruck. Zweites Kapitel Warum sind die Bananen krumm? Nachdem Lisa wieder ins Haus zurückgegangen war, suchte sie nach Onkel Heinrich. Sie wußte auch schon wo, denn es gab einen Raum, in dem er sich meistens aufhielt. Das war sein Arbeitszimmer oder zumindest das, was er dafür hielt. Und wie so oft war der Onkel mit irgendetwas beschäftigt. Als Lisa ins Zimmer kam, saß er, ihr den Rücken zugewandt, an seinem Schreibtisch am Fenster. Du, Onkel Heinrich, bei dir hat sich scheinbar in der Zwischenzeit überhaupt nichts verändert. Sag mal, woran arbeitest du denn gerade? Äh, äh, was? Onkel Heinrich war wieder mal sehr zerstreut. Er untersuchte nämlich schon seit Wochen die überhaus spannende Frage, warum denn wohl die Bananen krumm sind. Dazu hatte er vor sich eine Reihe Blumentöpfe stehen. Und als Lisa genau hinsah, konnte sie erkennen, daß kleine grüne Pflänzchen darin wuchsen. Onkel Heinrich war felsenfest überzeugt, er müßte ihnen nur beim Wachsen zusehen, und dann würde er ganz genau das Krummwerden beobachten. Lisa konnte da nur den Kopf schütteln. Meine Güte, da mußt du ja noch Monate warten. Ist denn diese Frage nicht längst beantwortet? Onkel Heinrich grummelte nur irgendetwas vor sich hin, und dann hatte er Lisa bereits wieder vergessen. Die machte sich jetzt erst mal über die Bücherschätze von Onkel Heinrich her. Außerdem gab es noch so viel anderes zu entdecken. Die Zeit verging wie im Flug. Am nächsten Tag, die beiden hatten gerade mit Genuß ihre Nutella-Brötchen verdrückt, wollte Onkel Heinrich sich schon wieder in sein Arbeitszimmer zurückziehen. Lisa war das allerdings gar nicht recht. Hey, was meinst du, sollten wir nicht mal was unternehmen? Dir würde es auch ganz gut tun, mal aus dem Haus zu kommen. Onkel Heinrich schaute sie sinnend an. Und dann lächelte er. Das ist eine gute Idee. Mir fällt nämlich gerade ein, daß ich hier mal wieder Platz schaffen müßte. Demnächst bin ich wieder unterwegs, und wer weiß, was für tolle Sachen ich dann mitbringe. Was hältst du davon, daß wir einiges auf dem Flohmarkt verkaufen? Lisa fand das sehr spannend. Es war schon ziemlich lange her, daß sie das letzte Mal auf einem Flohmarkt war. Zusammen streiften sie durch das Haus und luden dann eine Menge Sachen ins Auto. Drittes Kapitel Seltsame Angebote Auf dem Flohmarkt war schon sehr viel los. Lisa half ihrem Onkel, den Stand aufzubauen, und dann wollte sie erst mal erkunden, was es hier alles für tolle Sachen gab. Schon merkwürdig, was die Leute da alles verkaufen wollten. An einem Stand entdeckte Lisa auf einem Tisch lauter Einweggläser, solche mit einem Deckel und einem roten Gummiring. In allen Gläsern war irgendetwas drin, in einem sogar ein altes Gebiß, an dem die beiden oberen Schneidezähne fehlten. Einen Euro sollte es kosten. Bäh, ob das wohl jemand kauft? Lisa lief weiter. Hinter einem anderen Stand sah Lisa eine große, dicke Frau, die lauter Strohhüte mit Blumen drauf vor sich liegen hatte. Daneben, auf einem kleinen Stuhl, saß ein mickriger Mann mit einem Schild vor sich auf den Knien. Offenbar ihr Ehemann. Als Lisa näher kam, wurde der Mann auf sie aufmerksam. Plötzlich hielt er das Schild hoch, aber noch bevor sie lesen konnte, was darauf stand, legte er es hastig wieder weg und schaute fast schon ängstlich in Richtung der Frau. Dann hielt er das Schild noch einmal hoch, und Lisa konnte jetzt lesen, was drauf stand. Tausche diese dicke, große Frau in zwei kleine Schlanke. Oh, wenn das mal keinen Ärger gibt, dachte sie. Kopfschütteln ging sie weiter. Mann, oh Mann, schon seltsam, was Leute auf so einem Flohmarkt alles loswerden wollte. Viertes Kapitel Eine seltsame Begegnung Irgendwann hatte Lisa alles gesehen und wollte schon wieder zu Onkel Heinrich zurück. Da entdeckte sie ganz hinten in der letzten Ecke am Waldrand eine seltsame Gestalt. Es war eine alte Frau. Sie saß auf einem niedrigen Hocker und trug richtig altmodische schwarze Kleider mit einem dazu passenden Hut. Die Alte sah aus, als gehöre sie in eine andere, längst vergangene Zeit. Sie hielt den Kopf gesenkt. Vor ihr, auf dem Boden, stand ein ziemlich altes, abgeschabtes Kästchen aus Holz, nicht viel größer als ein Schuhkarton. Es hatte einen Deckel, der allerdings geschlossen war. Als Lisa näher kam, schaute die Frau plötzlich auf. »Mein Kind, suchst du etwas Bestimmtes?« Das fragte sie mit einer seltsam klingenden Stimme. Lisa erschrak. Sie war ganz in Gedanken versunken und hatte die ganze Zeit eher das Kästchen betrachtet. Die Alte hatte ein freundliches Gesicht mit vielen Falten. »Nun, komm schon«, forderte die Frau sie auf. »Tritt näher. Mach das Kästchen ruhig mal auf und schau dir an, was drin ist.« Vorsichtig trat das Mädchen etwas näher und besahnte sich das Kästchen ganz genau. Zuerst zögerte sie, aber dann berührte sie es vorsichtig mit den Fingerspitzen. Das Kästchen fühlte sich ganz normal an. Langsam hob sie den Deckel an. Verwundert schaute sie auf den Inhalt. Es lag ein einziges, in altes, abgeschabtes Leder gebundenes Buch darin. Kein Titel war zu erkennen. Und das Merkwürdigste war, das Leder schien zu leuchten, in ständig wechselnden Farben. »Seltsam«, dachte Lisa, »solch ein Buch habe ich ja noch nie gesehen. Sie konnte sich auch nicht erinnern, bei Onkel Heinrich etwas Ähnliches gesehen zu haben. Und der hatte schon merkwürdige Sachen.« »Und, Kleine, wie heißt du denn?« Lisa schrak auf, als die Alte sie wieder ansprach. »Ich heiße Lisa, und ich bin mit meinem Onkel hier, der ein paar Sachen verkaufen will.« »Ja, ja, Lisa, ich weiß, wer du bist«, sagte sie geheimnisvoll. »Ich sehe, dass dir dieses Buch gefällt. Es sieht so aus, als sei es für dich gemacht.« »Für mich? Wie kann das sein? Sie kennen mich doch gar nicht«, meinte das Mädchen verwundert. »Ich weiß mehr über dich, als du denkst. Gefällt dir das Buch?« Die Alte schaute sie auffordernd an. »Oh, ja«, nickte Lisa, »das ist ein sehr schönes Buch, und es sieht auch irgendwie geheimnisvoll aus. Was hat's denn damit für eine Bewandtnis?« »Das, liebe Lisa, mußt du selbst herausfinden«, sagte die Alte mit einem merkwürdigen Tonfall. »Dieses Buch umgibt ein Geheimnis, das vielleicht nur du lösen kannst.« Lisa konnte den Blick kaum von dem Buch abwenden. Irgendetwas daran schien sie magisch anzuziehen. Sie mußte dieses Buch unbedingt haben. Fünftes Kapitel »Wo ist die alte Frau?« »Es ist sicher zu teuer für mich. Was soll's denn kosten?« Sie schaute sich um, ob sie nicht Onkel Heinrich irgendwo entdecken konnte. Aber von hier aus war sein Stand nicht zu sehen. Dann drehte sie sich wieder zu der Frau um und bekam einen Riesenschreck. »Die alte Frau war verschwunden.« »Einfach weg!« Lisa sah sich um und betrachtete genau die Umgebung. »Komisch«, dachte sie, »wo konnte sie nur so schnell hin verschwunden sein?« Bis zum Wald dran waren es noch ein paar Meter. Dorthin konnte sie in der kurzen Zeit aber nicht gelangt sein, um sich zu verstecken. Schon merkwürdig, in der einen Sekunde, als sie sich umsah, um Onkel Heinrich zu entdecken, war die Frau verschwunden. Lisa fand einfach keine Erklärung. Das Kästchen allerdings war noch da und plötzlich lag auch ein Zettel auf dem Buch und darauf stand, »Liebe Lisa, ich hab auf dich gewartet, denn du bist es, die dieses Buch besitzen soll. Nimm das Kästchen mit dem Buch ruhig an dich, es soll dir gehören.« Damit endete die Notiz. Mit klopfendem Herzen schloß Lisa den Deckel und schaute sich noch einmal genau um, ob sie die alte Frau nicht doch noch irgendwo entdecken könnte, aber die blieb verschwunden. Kopfschüttelnd nahm sie das Kästchen, wandte sich um und lief zurück. Allerdings nicht zum Stand von Onkel Heinrich, sondern erst mal direkt zu seinem Auto. Hier schob sie das Kästchen unten hinter den Beifahrersitz. Sie wollte nicht, dass Onkel Heinrich es sah. Es sollte ganz allein ihr Geheimnis sein. Als sie an den Stand ihres Onkels zurückkam, da hatte dieser schon eine Menge Sachen verkauft. »Ja, da staunst du was? Bis auf ein paar Kleinigkeiten bin ich fast alles los geworden. Hey, wo bist denn du gewesen? Das muß ja ziemlich interessant sein für dich hier auf dem Flohmarkt. Hast du was Schönes entdeckt? Wenn du willst, können wir noch ein Eis essen gehen und dann fahren wir wieder heim.« Also der Flohmarkt hatte Onkel Heinrich sichtlich gut getan, denn die Worte sprudelten entgegen seiner sonstigen Gewohnheiten nur so aus ihm heraus. Lisa war noch ganz benommen von ihrem Erlebnis mit der alten Frau, aber zu einem Eis konnte sie natürlich nicht Nein sagen. In der Eisdiele und auch später auf der Heimfahrt war Lisa ziemlich einsilbig. Ihr Onkel schien davon allerdings nichts zu merken und summte irgendeine schräge Melodie vor sich hin. Lisa aber war mit ihren Gedanken ständig bei dem Buch, das hinter ihr auf dem Boden lag. Sie beschloss, das Kästchen erst zu öffnen, wenn sie wieder bei sich zu Hause in ihrem Zimmer war. Am nächsten Tag kam die Mutter sie wieder abholen. Na, mein Schatz, hat's dir gefallen? Was habt ihr denn so gemacht? Och, Onkel Heinrich war ja meistens sehr beschäftigt und da habe ich einfach sein Haus von oben bis unten durchstöbert. Und stell dir vor, Mama, gestern waren wir auf einem Flohmarkt. Das war vielleicht aufregend. Und sie erzählte der Mutter, was für kuriose Sachen die Menschen dort loswerden wollten. Dann war es Zeit, sich von Onkel Heinrich zu verabschieden. Sie umarmten sich noch einmal und Lisa versprach, ihn bald wieder zu besuchen. Auf der Heimfahrt war sie ziemlich einsilbig, so daß ihre Mutter besorgt fragte, ob ihr nicht gut sei. Nö, 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 alles in Butter. Ich muß nur so viel an die drei Tage bei Onkel Heinrich denken. Es war wieder so schön. Mama, wenn wir aus dem Urlaub kommen, möchte ich wieder hin und dann kann ich ihm von unserem Urlaub erzählen. Zu Hause angekommen, wartete der Vater schon auf sie, denn die Eltern mußten noch einmal fort in die Stadt. In drei Stunden würden sie zurückkommen. Lisa, wir nehmen auch beide Handys mit und wir haben ja kein normales Telefon, du kannst uns also nicht erreichen. Also denk bitte daran, bleib hier am Haus und lass niemand herein. Und dann bekam sie wieder die Ermahnung, die sie schon von klein auf ständig hörte. Du darfst auf keinen Fall allein in den Wald gehen. Auf gar keinen Fall, hörst du? Ganz egal, was passiert. Sechstes Kapitel Geheimnisvolle Botschaften Nun wissen wir ja, dass Lisa eine richtige Leseratte war. Fast in jeder freien Minute schmökerte sie in einem ihrer Lieblingsbücher. Jetzt war sie endlich allein und nun war die Zeit gekommen, ihren neuen Schatz genau anzuschauen. Sie lief in ihr Zimmer. Ganz oben in ihrem Kleiderschrank, hinter vielen Sachen, hatte sie das Kästchen versteckt. Sie holte es hervor und stellte es ganz andächtig und vorsichtig vor sich auf den Tisch. Dann öffnete sie langsam den Deckel. Das Buch darin leuchtete noch immer in einem seltsamen Licht und in vielen verschiedenen Farben. Vorsichtig nahm Lisa es heraus. Es fühlte sich irgendwie sehr leicht an, stellte sie fest. Der Ledereinband war glatt und weich, das seltsame Leuchten war zwar da, aber man konnte nichts fühlen, auch keine Wärme. Sie schlug den Buchdeckel auf. Auf den ersten Seiten stand noch nichts geschrieben. So ist das ja in vielen Büchern, da steht auf den ersten Seiten eben noch nichts zu lesen. Aber dann... Sie blätterte weiter und hier begann ein Text. Gerade als sie anfangen wollte zu lesen, da war ihr als verschwammen die Buchstaben. Erst dachte sie, was ist mit meinen Augen los? Sie schaute hoch und aus dem Fenster, aber da war alles normal. An ihren Augen konnte es also nicht liegen. Also wieder ins Buch. Und tatsächlich, die Buchstaben verschwammen nicht nur, sie wirbelten plötzlich wild durcheinander. Und dann, Lisa konnte es schier nicht glauben, da waren sie plötzlich ganz verschwunden. Die Seiten waren leer, aber nicht ganz leer. Sie hat mich sicher schon vermisst, schließlich war ich ja die ganze Nacht fort. Entschuldigt bitte. Es ist ja so viel passiert. Ich habe ganz viel zu erzählen, sprudelte sie los. Die Eltern standen mit offenen Mündern da und waren jetzt ganz erleichtert, daß offenbar die echte Lisa nach Haus gekommen war. Noch immer konnten sie gar nicht richtig begreifen, was geschehen war, obwohl die falsche Lisa ja schon einige Andeutungen gemacht hatte. Lisa schaute sich in der Küche um und erst jetzt sah sie auf der Eckbank die andere Gestalt sitzen. Ihr Herz verkrampfte sich vor Schreck. Es war das Monstermädchen, die ehemalige Sonnenblume, und die sah immer noch genau... Da sind wir ja wieder alle beisammen, die liebe Lisa und die lieben Eltern. Lisas Eltern schauten andauernd von einer Lisa zur anderen. Hin und her gingen die Köpfe mindestens 27 Mal, und Lisa befürchtete schon, daß sie irgendwann abfallen würden. Aber bevor sie noch einen klaren Gedanken fassen konnte, wendete die falsche Lisa wieder ihre Kräfte an, und jetzt standen alle drei wie gelähmt da. Die ehemalige Sonnenblume in Lisas Gestalt baute sich vor ihnen auf und hob drohend den Finger. »Aha, jetzt hab ich euch also alle beisammen!« rief sie triumphierend. »Weiß der Himmel, wie du dich befreien konntest! Da hatte sich ja mein holder Bruder, der Waldgeist, seine unsichtbaren Finger im Spiel. Nur gut, daß der hier außerhalb des Waldes keine Macht besitzt! So bin ich also vor ihm sicher.« »Was machen wir denn aber jetzt mit dir, Lisa? Mal überlegen!« »Ah, ich hab's! Du wirst meine Lieblingssklavin! Ab jetzt wirst du alles tun, was ich von dir verlange!« Dabei schaute sie Lisa ganz eindringlich an, und die hatte jetzt plötzlich das Gefühl, als müsse sie gehorchen. »Jetzt wollen wir doch mal sehen, ob es klappt!« sagte das Monster. »Geh doch mal in die Ecke und mach einen Handstand!« Und siehe da, gehorsam wie ein Hündchen, ging Lisa in die Ecke und stellte sich auf den Kopf, denn sie konnte sich nicht dagegen wehren. Da ließ dieses garstige Wesen wieder sein hämisches Lachen hören. Zum Glück durfte sich Lisa wieder richtig herumstellen, bevor ihr das Blut zu sehr in den Kopf schoß. »Haha! Na, das klappt ja toll! Also, dann wollen wir der lieben Lisa doch mal ordentlich was zu arbeiten aufbrummen. Geh mal sofort ins Bad und mach das Klo sauber!« Gehorsam tat Lisa, was ihr befohlen wurde. Ihre Eltern standen nur stumm daneben, denn sie konnten nichts tun und auch nichts sagen, bis die böse Sonnenblume den Bann von ihnen nehmen würde. »Hey! Was glotzt ihr denn so, hä? Statt hier Stielaugen zu machen, solltet ihr lieber zusehen, dass ich endlich was zu essen kriege. Außerdem sieht's ja immer noch aus wie Kraut und Rüben, wie bei Hempels unterm Sofa.« Und dann ließ sich die Gestalt wieder auf der Eckbank nieder und war mit sich und der Welt zufrieden. Achtzehntes Kapitel Wo ist das Pfeifchen? Lisa war derweil im Bad und schrubbte das Klo. Alles war bereits blitzblank, aber sie konnte nicht aufhören, denn der Befehl war noch nicht zurückgegenommen worden. Sie wußte aber sehr wohl, daß sie zu dieser Arbeit gezwungen worden war. Da fielen ihr die Worte des Waldgeistes ein und was er ihr zur Hilfe mitgegeben hatte. »Mäuschen, bist du da?« rieb sie vorsichtig. Kurz darauf hörte sie ein leises, raschelndes Geräusch, ein kleines Köpfchen mit einer spitzen Nase und einem hellbraunen Punkt darauf lugte um die geöffnete Badezimmertür. »Ah, Mäuschen, da bist du ja! Weißt du keinen Rat! Was soll ich nur tun?« Die kleine Maus stellte sich wieder auf ihre Hinterpfoten und jetzt sah sie fast ein wenig menschlich aus. Dann zeigte sie mit ihrer kleinen Pfote auf ihr spitzes Maul und stieß einen leisen Pfiff aus. Erst wollte Lisa lachen, weil das so komisch aussah, aber dann erinnerte sie sich plötzlich an das kleine silberne Pfeifchen. »Natürlich! Was hatte der Waldgeist gesagt, wenn sie diese Pfeife benutzt, dann würde sich die falsche Lisa wieder in eine Sonnenblume verwandeln?« »Danke, Mäuschen!« flüsterte sie. Erleichtert griff sie in ihre Jackentasche. »Aber, oh Schreck, da war kein Pfeifchen! Wo konnte sie es nur verloren haben?« »War jetzt alles aus?« Da erinnerte sie sich, daß sie ja in der Küche in der Ecke einen Handstand machen mußte. »Na klar! Dabei war ihr das Pfeifchen sicher aus der Tasche gefallen.« Zum Glück hatte die Sonnenblume das nicht mitgekriegt. Während Lisa immer noch weiter das Klo schrubbte, sie konnte ja erst aufhören, wenn die falsche Lisa den Bann von ihr nahm. Da war es auch schon so weit. Aus der Küche ertönte die Stimme der Monstersonnenblume. »Hä, Putzfrau! Lieblingssklavin! Genug geputzt! Jetzt tanz mal wieder hier an! Ich vermisse dich ja so!« Lisa war erleichtert. Das war jetzt die Gelegenheit, in der Zimmerecke nach der verlorenen Trillerpfeife zu schauen. Sie kehrte in die Küche zurück und schaute. Denn da war ja auch der Weg, den sie kannte und auf dem sie immer mit dem Fahrrad unterwegs waren. Sie ging also in den Wald hinein. Schon nach ein paar Schritten merkte sie, daß es immer dunkler wurde, obwohl es noch Nachmittag war. »Na ja, ist halt ein Tannenwald«, dachte Lisa, »und da ist es immer etwas düsterer.« »Und wer schon mal in einem Tannenwald war, der kann das bestätigen.« Allerdings war es auch merkwürdig leise, daß war ihr bisher nie aufgefallen, wenn sie mit ihrer Mutter hier durch den Wald gefahren war. Sollte das mit dem Buch und den geheimnisvollen Botschaften zu tun haben? Außer einem sanften Rauschen und ab und zu mal einem Knacken war kaum etwas zu hören. Sogar die Vögel hatten sich irgendwo hin verkrümelt. Lisa nahm all ihren Mut zusammen und ging Schritt für Schritt weiter in den Wald hinein. Dabei vergaß sie natürlich nicht, die Bäume zu ihrer Linken zu zählen. Nach einer Weile kam sie an eine Gabelung. Bisher kannte sie sich noch aus, aber jetzt wurde es schwierig. Rechts führte der Weg weiter, den sie kannte. Sie sollte aber die Bäume auf der linken Seite zählen, also mußte sie den linken Weg nehmen. Das war allerdings nicht mehr der Weg, den sie sonst immer mit dem Fahrrad fuhren. Hier kannte sich Lisa auch nicht mehr aus. Egal, sie schob alle mulmigen Gedanken beiseite. Weiter und weiter ging sie in den Wald hinein und es wurde immer düsterer. 97, 98, 99 Nach einer Weile, sie war inzwischen mit dem Zählen bei 100 angelangt, blieb sie stehen und sah sich um. Ein Schauer rieselte ihr über den Rücken und sie dachte an all die Geschichten, die man sich über diesen Wald erzählte, da sollte es nicht mit rechten Dingen zugehen. Lisa dachte jedoch an den merkwürdigen Hilferuf in dem Buch und gab sich einen Ruck. Also weiter. Wie viele Bäume waren es noch? Ah ja, sie mußte noch 75 Bäume abzählen. Achtes Kapitel Kreuz und quer Nach einer Weile? 173, 174, 175 Äh, wie ging es jetzt weiter? Sie holte den Zettel aus der Tasche. Ah ja, sie sollte hier abbiegen und richtig, da führte ein kleiner Pfad nach links weg. Der war kaum zu erkennen und sie hätte ihn glatt übersehen, wenn sie nicht gezählt hätte. Und so wanderte sie weiter in den Wald hinein. Plötzlich wurde ihr bewusst, dass sie hier noch nie war und ihr wurde ganz schön mulmig zumute. Bisher war ja noch nichts passiert, aber man konnte ja nie wissen. Naja, vielleicht entsprangen die Geschichten von unheimlichen Dingen im Wald ja auch nur der Fantasie von ängstlichen Leuten. Jetzt mußte sie sich aber konzentrieren. Wie ging es denn weiter? Sie schaute noch mal auf den Zettel, auf dem sie alles aufgeschrieben hatte, was das Buch ihr mitgeteilt hatte. Wie war das noch gleich? Ähm, äh, ah ja, jetzt sollten zwei Hügel kommen. Aber wo waren die nur? Sie wanderte weiter den Weg entlang. Nach einer ganzen Weile ging es auch schon leicht bergan. Aha, dachte Lisa, das wird der erste Hügel sein. Sie lief auf der anderen Seite hinunter und folgte weiter dem Weg, der sich in vielen Windungen durch den dichten Wald schlängelte. Kurze Zeit später stieg der Weg wieder etwas an. Okay, dachte sie, Hügel Nummer zwei. Jetzt schaute sie wieder auf den Zettel. Eine kleine Tanne sollte hier irgendwo stehen. Sie sah sich suchend um, aber sie konnte zunächst kein Bäumchen entdecken. Hier waren zwar überall Tannen, aber die waren alle ziemlich groß. Ratlos schaute sie sich um. Und da sah sie es. Mitten zwischen den großen Tannen stand rechts am Wegesrand ein kleines Bäumchen, gerade mal so groß wie ein Weihnachtsbaum. Seltsam, dachte Lisa, daß dieses kleine Bäumchen hier, wo es doch so wenig Licht gab, gedeihen konnte. Ihr fiel ein, was sie in der Schule gelernt hatte. Eigentlich brauchten doch alle Pflanzen mehr oder weniger Licht, um zu gedeihen, aber hier war es so dämmerig, daß es beinahe an ein Wunder grenzte, daß dieses kleine Bäumchen hier wachsen konnte. Sollte das etwa ein Zauber sein, damit sie auch ja den Weg finden konnte? Egal, damit konnte sie sich jetzt nicht befassen. Lisa machte sich keine weiteren Gedanken. Bis hierher war alles eingetroffen, was das Buch ihr mitgeteilt hatte. Neuntes Kapitel Schreck im Unterholz Also, was hatte in dem Buch gestanden? Hinter zwei Hügeln bei einem kleinen Bäumchen nach rechts abbiegen, vom Weg runter und gerade aus mitten durch die Bäume. Lisa atmete noch einmal tief durch, dann bügte sie sich und verließ den Weg, sich wieder zu atmen. Dann verfolgten sie gespannt, was das Mäuschen jetzt tat. Das schob das kleine Pfeifchen vor sich her, bis an den Rand des Nachttischs. Ganz vorsichtig und leise. Da bemerkte sie, trotzdem mußte sie sich immer wieder bücken. Plötzlich klatschte ihr etwas ins Gesicht und gleichzeitig wurde sie von hinten festgehalten. Lisa schrie auf und blieb vor Schreck stocksteif stehen. Dann schlug sie wild um sich. Angeekelt wischte sie sich eine große Spinnwebe aus dem Gesicht. Aus den Augenwinken sah sie, wie eine große schwarze Spinne hastig hinter einem Ast verschwand. Äh, auch das noch, wo sie doch Spinnen nun mal auf den Tod nicht leiden konnte. Die waren in ihren Augen doch einfach eklig. Irgendetwas hielt sie obendrein noch von hinten fest. In Panik riß und zerrte sie und schlug um sich. Plötzlich kam sie frei und erleichtert merkte sie, daß sich nur ein Zweig in ihrem Pulli verfangen hatte. Nachdenklich blieb sie noch einen Augenblick stehen und betrachtete das zerrissene Spinnennetz. Eigentlich blöd, sich vor Spinnen zu ekeln. Viele Menschen haben eine unerklärliche Angst vor den Krabbelfiechern. Dabei sind Spinnen doch sehr nützliche Tiere, weil sie sich von Insekten ernähren. Das hatten sie in der Schule gelernt und jetzt tat es ihr sogar leid, daß die Spinne nun noch mal von vorne beginnen mußte, um wieder eine neue Mahlzeit einzufangen. Aber jetzt war es geschehen und Lisa konnte daran nichts mehr ändern. Also tastete sie sich weiter durch den dämmerigen Wald. Noch immer herrschte eine merkwürdige Stille. Von den vielen Geräuschen, die es normalerweise im Wald gab, war nichts zu hören. Ab und zu knarrte es, wenn sich Äste aneinander rieben. Lisa schaute sich noch einmal um. Um sie herum sah der Wald überall gleich aus. Auch ihre Fußspuren waren nicht zu sehen, wo sie hergekommen war, denn der Waldboden war übersät mit einer Schicht Tannennadeln, ähnlich wie bei einem Teppich. Sie war froh, daß sie sich in der Ferne einen besonders markanten Baumstamm gemerkt hatte, der ihr die Richtung weisen konnte. Inzwischen war sie sich doch nicht mehr so sicher, ob das nun eine so gute Idee gewesen war, entgegen dem Verbot der Eltern allein in den Wald zu gehen. Da fiel ihr siedend heiß ein, da sie ja noch nicht mal eine Nachricht hinterlassen hatte. Warum war sie nur so Hals über Kopf losgelaufen? Vielleicht sollte sie doch lieber umkehren. Aber nein, wenn jemand Hilfe braucht, dann muß man helfen, sagte sie sich. Und außerdem war sie ja jetzt schon so weit gegangen und die ganze Sache war doch nun mal sehr geheimnisvoll. Zehntes Kapitel Seltsame Bekanntschaft Plötzlich wurde es weit voraus etwas heller. Schnell schaute sie auf den Zettel. Ja, richtig, da sollte eine kleine Lichtung kommen. Was eine Lichtung war, das wußte Lisa, nämlich eine Stelle, an der keine Bäume standen. Und deshalb war es hier auch viel heller. Ein paar Strahlen der Nachmittagssonne fanden den Weg durch die Tannenbäume bis auf den Waldboden. Neugierig schlich sie weiter. Jetzt hatte sie die Lichtung erreicht. Noch konnte sie nichts erkennen. Sie bog die letzten Zweige zur Seite und was sie dann sah, war einfach unglaublich. Stellt euch mal vor, mitten in einem dunklen Tannenwald auf einer winzigen Lichtung stand etwas, das hier nun ganz und gar nicht hingehörte. Die Stelle hatte ungefähr die Ausmaße eines Klassenzimmers. In der Mitte gab es ein kleines rundes Rasenstück, gerade mal so groß wie ein Hula-Hub-Reifen. Es sah aus, als hätte es ein Gärtner angelegt. Aus dem Rasenkreis erhob sich ein etwa unterarmdicker Stängel. Ein paar Blätter wuchsen seitlich heraus und ganz oben erblickte sie von unten eine große runde Scheibe, umringt mit gelben Blättern. Das gibt's ja gar nicht, dachte sie verwundert, eine Sonnenblume. Wie kommt denn nur eine Sonnenblume hier an diese Stelle und dazu noch eine so gut gewachsene? Ging das mit rechten Dingen zu? Wow, dachte Lisa, so eine tolle Sonnenblume hatte sie ja noch nie gesehen. Während sie noch grübelte und das Gebilde betrachtete, neigte sich plötzlich der Kopf in ihre Richtung. Bei jeder normalen Sonnenblume wuchsen in der Mitte zwischen den gelben Blättern die Kerne. Das wußte jedes Kind. Auch Lisa hatte schon oft die Sonnenblumenkerne herausgepflückt und gefuttert, aber hier, hier waren keine Kerne. Stattdessen hatte diese Pflanze ein Gesicht. Und dieses Gesicht sah ziemlich traurig aus. Lisa bekam einen riesigen Schreck, denn plötzlich sah die Sonnenblume sie direkt an. Endlich bist du da, ertönte eine leise, fast weinerliche Stimme. Lisa wäre beinahe vor Schreck umgefallen. Das gibt's doch nicht, dachte sie. Nicht nur, dass diese Sonnenblume ein Gesicht hatte, nein, jetzt konnte die Pflanze auch noch reden. Wie kann das sein? Wieso kannst du sprechen und was bedeutet das alles? stotterte Lisa verwirrt. Das kann ich dir verraten, sagte die Pflanze. Egal, wer du bist, ich bin ja so froh, dass du gekommen bist. Stell dir mal vor, ich bin schon ziemlich lange hier an dieser Stelle und ich hätte gerade jetzt mal was ganz Wichtiges zu erledigen. Sie drehte ihren Blütenkopf nach links und nach rechts, so als hielte sie nach etwas Ausschau. Jetzt sah sie Lisa wieder an. Also, wisperte die Sonnenblume, ich kann mich hier nicht von der Stelle rühren, weil der Waldgeist immer aufpasst. Das ist ein ganz fieser Kerl. Lisa verstand nur Bahnhof. Wer ist denn jetzt wieder dieser Waldgeist und wobei soll ich dir denn helfen? Vor lauter Überraschung merkte sie gar nicht, dass das doch ziemlich merkwürdig war, was die Pflanze von ihr wollte. Seit wann hatten Sonnenblumen was zu erledigen und seit wann konnten Sonnenblumen reden? Alles sehr merkwürdig. Sieh mal, ich bin doch hier nun mal festgewachsen wie alle Pflanzen. Normalerweise kann ich mich nur von diesem Fleck entfernen und mir ein wenig Bewegung verschaffen, wenn der Waldgeist es mir erlaubt. Der kennt nämlich ein ganz bestimmtes Zauberwort. Wenn der das ausspricht, dann kann ich meine Wurzeln aus der Erde ziehen und ein wenig herumspazieren. Als er einmal dieses Wort sagte, konnte ich es auch verstehen. Und jetzt kenne ich das Wort. Es nützt mir aber gar nichts. Ich kann es nämlich nur anwenden, wenn der Waldgeist nicht da ist. Denn wenn er merkt, dass ich das Zauberwort kenne, gibt es gewaltigen Ärger. Außerdem würde es mir gar nichts nützen, wenn ich weglaufe. Hier, wo ich stehe, gibt es nämlich einen Schalter in der Erde, der sofort dem Waldgeist signalisiert, daß niemand mehr auf der Stelle steht. Dann findet er mich und bringt mich zurück zur Lichtung. Zur Strafe muß ich dann noch ganz lange hier stehen bleiben. Ja, ja, das kannst du deiner Großmutter erzählen, aber nicht mir. Lisa wurde langsam etwas ungehalten. Waldgeist, daß ich nicht lache. Doch, es ist so, wie ich das dir sage, jammerte die seltsame Sonnenblume. Jetzt hör mir doch mal zu. Ich habe, wie gesagt, was ganz Dringendes zu erledigen und der Waldgeist merkt doch sofort, wenn niemand mehr an dieser Stelle steht. Kannst du dich nicht statt meiner kurz hier auf diesen Fleck stellen? Ich bin auch ganz bestimmt nicht lange weg. Es ist für mich lebenswichtig. Bitte, bitte, kann ich auf dich zählen? Die Stimme der Pflanze klang ein wirklich verzweifelt. Lisa verstand noch immer nur Bahnhof, aber sie dachte sich, ach, na ja, für einen Augenblick kann ich mich ja da mal hinstellen. Ja, okay, und wie soll das jetzt gehen? fragte sie. Oh, das ist ganz einfach. Komm mal dicht zu mir her und dreh dich um, sonst funktioniert's nicht. Lisa betrat also das Rasenstück, stellte sich dicht neben die Pflanze und drehte ihr den Rücken zu. Hinter sich hörte sie, wie die Sonnenblume etwas murmelte, sie konnte aber nicht verstehen, was sie gesagt hatte. Ja, wie muss man alles sehen, wird's gar nicht mehr. So, jetzt kannst du dich umdrehen, hörte sie die Pflanze sagen, und stellt euch vor, die Sonnenblume hatte ihre Wurzeln nicht mehr in der Erde. Anstelle der Wurzeln hatte sie zwei braune Stiele und die steckten in zwei rot- und gelb- geringelten Strümpfen. Außerdem trug sie zwei alte, viel zu große, braune Lederstiefel. Als Lisa das sah, musste sie laut auflachen, das sah aber auch zu komisch aus. Was gibt's denn da zu lachen? sagte die Pflanze. Noch nie eine Sonnenblume mit Beinen gesehen, hä? Nee, pustete Lisa los, beherrschte sich aber gleich darauf. Wie geht's denn jetzt weiter? Jetzt kann ich gehen. Du musst allerdings hier genau auf meinem Platz stehen bleiben, damit der Waldgeist nichts merkt. Du weißt ja, Schalter und so. Elftes Kapitel Die Verwandlung Lisa hatte sich noch immer nicht ganz beruhigt, aber sie tat, um was die Sonnenblume sie gebeten hatte. Die machte jetzt zwei Schritte zur Seite und Lisa stand jetzt allein auf dem Rasenfleck. Na also, dann mach's mal gut. Ich bin dann mal weg, sagte die Pflanze, jetzt aber mit einem seltsamen Unterton, den Lisa allerdings nicht bemerkte. Ja, ja, mach hin. Ich muss nämlich bald wieder zu Hause sein. Die Pflanze drehte sich um und verschwand mit einem merkwürdigen meckernden Lachen zwischen den Bäumen. Lisa blieb wie versprochen auf der Stelle stehen. Da merkte sie plötzlich, dass sie ihre Beine nicht mehr bewegen konnte. Sie sahen sich hinunter. Ihre Schuhe waren schon ein wenig in den weichen Boden eingesunken. Erschrocken wollte sie zur Seite treten, aber, so sehr sie auch zog, es ging nicht. Also versuchte sie, ihre Füße aus den Schuhen herauszuziehen. Egal, dann bleiben die eben da, dachte sie. Zur Not geht es auch mal ohne Schuhe. Aber auch das klappte nicht. Sie steckte fest. Da bemerkte sie zu ihrem Schrecken, daß ihre Füße anfingen, sich zu verwandeln. Unten waren sie schon ganz braun und weiter oben wurden sie immer grüner. Plötzlich wurde Lisa abgelenkt. Aus den Augenwinkeln sah sie eine Gestalt zwischen den Bäumen hervorkommen. Es schien ein Mädchen zu sein und das Mädchen kam näher. Und weil es inzwischen noch etwas dunkler geworden war, konnte Lisa zu Anfang das Gesicht nicht erkennen. Irgendwas war jedoch merkwürdig. Dieses fremde Mädchen trug die gleichen Kleider wie sie. Die gleichen Jeans, der gleiche Pulli, die gleiche Jacke. Und jetzt stand das Mädchen direkt vor ihr. Das gibt's doch nicht, dachte Lisa. Voller Entsetzen sah sie, daß dieses fremde Mädchen genauso aussah wie sie, als schaute sie in einen Spiegel. Das gleiche Gesicht, die gleiche Figur und die gleichen Klamotten. Da staunst du, was? Ja, meine Liebe, jetzt werden wir mal die Rollen tauschen. Und dabei lachte die falsche Lisa hermisch und nichts Freundliches oder gar Trauriges war mehr in ihrer Stimme. Jetzt kann ich endlich das Leben genießen, so wie ich's immer wollte. Ja, aber was ist denn mit mir? rief Lisa. So langsam geriet sie in Panik. Ich muss doch wieder nach Hause. Natürlich muss Lisa wieder nach Hause. es wird auch eine Lisa nach Hause kommen und Mama und Papa werden überhaupt nichts merken. Allerdings werden sie sich wundern, daß sich ihre liebe kleine Lisa noch ein wenig verändert hatte. Schon wieder dieses hämische Lachen. Was hast denn du vor? fragte Lisa. Na, was ich gesagt habe. Ich geh an deiner Stelle nach Hause, denn du kannst es ja nicht mehr. Äh, was? Wieso nicht? Natürlich kann ich nach Hause gehen. Wer sollte mich daran hindern? Du etwa? Dann versuch's doch mal, sagte die Gestalt, die aussah wie Lisa. Aber vorher schau dich noch mal ganz genau an. Lisa wollte nach dem fremden Mädchen greifen, aber was war das? Sie hatte ja gar keine Arme mehr. Sie schaute an sich hinunter und bemerkte mit Entsetzen, daß da statt ihres Körpers plötzlich ein dicker grüner Stiel war und ihre Arme waren dicke grüne Blätter. Aus den Augenwinkeln sah sie um ihr Gesicht herum lauter gelbe Blütenblätter. Da ahnte sie, was mit ihr passiert war. Sie hatte sich in eine Sonnenblume verwandelt. Und was noch schlimmer war, die ehemalige Sonnenblume sah jetzt aus wie sie. Und wieder lachte die andere hämisch. Dann mach's mal gut, Sonnenblümchen, rief sie. Dann bückte sie sich, nahm ein kleines grünes Büchlein auf, das im Gras lag und das Lisa bisher noch nicht gesehen hatte, drehte sich um und verschwand mit ihrem grässlichen Lachen zwischen den Bäumen. Zwölftes Kapitel Unerwartete Hilfe In Lisa stieg jetzt Panik auf. Sie überlegte krampfhaft, was sie tun sollte. Sie war doch nun mal keine Sonnenblume und sie wollte auch nicht hierbleiben und wer weiß, was die andere an ihrer Stelle anstellte. Tausend Gedanken schwirrten in ihrem Kopf herum. Was sollte sie nur tun? Da fiel ihr ein, dass die Pflanze etwas von einem Waldgeist gesagt hatte und von einem Wort, das man aussprechen mußte und dann wäre man frei. Und dann würde der Waldgeist das merken und herkommen und er würde ihr dann sicher helfen. Aber als die Sonnenblume das Wort gesagt hatte, da hatte sie es vor lauter Aufregung nicht verstanden. Konnte sie sich denn dem Waldgeist nicht anders bemerkbar machen? Vielleicht rufen? Hatte der Waldgeist einen Namen und würde er sie überhaupt hören? Egal, probieren kann nicht schaden. Waldgeist, hallo, hallo, Hallöchen! Irgendwie kam sie sich ein wenig albern vor. Da begann es plötzlich gewaltig zu rauschen. Pfff, pfff, pfff. Die Bäume bogen sich, als herrschte ein gewaltiger Sturm und durch das Tosen drang eine Stimme zu ihr, eine gewaltige, aber gütige Stimme und die Stimme fragte, Wer ruft mich da? Und wer bist du? Du bist doch nicht die richtige Sonnenblume, das spüre ich sofort. Nein, ich bin Lisa und ich bin verwandelt. Die Sonnenblume hat jetzt meine Gestalt. Was soll ich nur tun? Sie schaute sich um, aber sie konnte nicht feststellen, woher die Stimme kam. Ich bin der Waldgeist und ich sorge hier im Wald für Ordnung. Man kann mich zwar nicht sehen, aber ich bin allgegenwärtig. So, so, dann hat die böse Sonnenblume also jemanden gefunden, der auf sie hereingefallen ist. Das ist schlimm. Und jetzt gibt's Ärger. Ich muß sie finden, damit sie kein Unheil anrichten kann. Weißt du, wohin sie will? Ja, ja, sie sagte, sie wolle an meiner Stelle zu mir nach Hause. Tu doch was, das dürfen wir nicht zulassen. Nun gut, zuerst aber will ich dich mal erlösen. Es gibt da ein Zauberwort, das dich wieder zurückverwandelt. Das darf aber eigentlich niemand kennen außer mir. Halt dir mal die Ohren zu, damit ich es sagen kann. Hä? Wie soll ich denn das machen ohne Arme? Außerdem habe ich ja auch keine Ohren, die ich mir zuhalten könnte. Ähm, ja, da hast du recht, sagte die Stimme. Nun, da werde ich's mal leise vor mich hin murmeln, das wird schon gehen. Und über das Rauschen der Bäume hörte Lisa, wie die Stimme etwas murmelte, was sie aber nicht verstehen konnte. Wo will ich mir sagen, war das nicht gehen? Es schien aber geklappt zu haben. Jetzt merkte sie, wie ein Kribbeln und ein Ziehen durch ihren ganzen Körper fuhr. An den Füßen fing es an und es zog sich immer höher bis in ihren Kopf. Da spürte sie, dass sie plötzlich wieder Arme hatte und als sie die Füße hob, da klappte auch das wieder. Blitzschnell sprang sie zur Seite von dem Rasenstück weg und als sie an sich herunterschaute, da war sie wieder völlig hergestellt. Sie war wieder die alte Lisa. Erleichtert rief sie, Waldgeist, wo bist du denn? Wieso kann ich dich nicht sehen? Niemand kann mich sehen, liebe Lisa, denn ich bin nicht körperlich. Ich bin nur ein Geistwesen. Dann kannst du mir sicher auch helfen, wieder nach Hause zu finden, rief Lisa aufgeregt. Mach hin, wir müssen uns beeilen. Die Sonnenblume ist ja immer noch in meiner Gestalt unterwegs und sie will an meiner Stelle zu mir nach Hause und wer weiß, was die so alles anstellt. Natürlich kann ich dir den Weg weisen. Alles andere musst du leider allein bewältigen, denn meine Macht endet am Waldrand. Es tut mir leid, solltest du aber mal in große Not kommen, so brauchst du nur einen Schritt in den Wald hineinzugehen und mich zu rufen. So, jetzt geh aber schnell, denn wer weiß, was diese böse Sonnenblume in deiner Gestalt vorhat. Ja, aber warum ist sie denn so böse, wollte Lisa wissen. Das ist eine lange Geschichte. Dafür ist jetzt nicht die Zeit. Geh jetzt, raunte die Stimme über das Rauschen des Waldes. Da drehte sich Lisa um und rannte so schnell es ging in Richtung, wie sie dachte, nach Hause. 13. Kapitel Die falsche Lisa Dort war inzwischen so einiges passiert. Die Eltern waren noch immer nicht zurück. Als sie aus dem Wald kam, sah sie am Ende der Wiese das kleine Forsthaus, in dem Lisa mit ihren Eltern lebte. Die böse Sonnenblume in der Gestalt von Lisa war wirklich sehr böse. Vor dem Haus war draußen auf der Wiese eine Wäscheleine gespannt, auf der große, weiße Bettlaken hingen. Hey, das ist ein Spaß, rief das Wesen und rannte wie wild zwischen den Tüchern herum. Dabei verhedderte sie sich und schon lagen die frisch gewaschenen Betttücher auf der Erde und mittendrin die falsche Lisa. Nachdem sie sich aus dem Haufen herausgewühlt hatte, besah sie sich die Bescherung. Grüne und braune Flecken hatten die Betttücher und mußten alle noch einmal gewaschen werden. Irgendwann wurde es ihr zu langweilig, also wandte sich die falsche Lisa dem Haus zu. Hier wohnt also die Lisa, dachte sie, dann will ich mich doch mal umsehen. Die Gestalt verschwand im Haus und hier gab es alsbald eine große Unordnung. Es krachte und rumpelte und es klirrte und schepperte. Im ganzen Haus standen Schränke weit offen. Schubladen ragten heraus und der ganze Inhalt war im Zimmer verstreut. Auch in der Küche herrschte ein großes Durcheinander und eine Menge Geschirr war zu Bruch gegangen. Kurz darauf kamen Lisas Eltern nach Hause. Die Mutter sah zuerst die Wäsche verstreut auf dem Rasen liegen. Oh nein, was ist denn hier passiert, wunderte sie sich. Es hat doch keinen Sturm gegeben. Auch der Vater war ratlos. Nee, das hätten sie im Radio doch durchgesagt. Komm mal, ich helfe dir die Wäsche aufzusammeln und dann wollen wir mal nach Lisa schauen. Komisch, dass die sich noch nicht hat blicken lassen. Sonst kommt sie doch immer gleich angerannt, wenn wir wieder da sind. Sie sammelten die Wäsche auf und gingen ins Haus. Und dann der große Schock, als sie überall die Unordnung sahen. Ganz verdattert standen sie in der Diele. Plötzlich kam jemand laut singend und lachend die Treppe heruntergesprungen. Es war Lisa. Das dachten sie jedenfalls, denn sie wussten ja nicht, was passiert war. Lisa! riefen beide wie aus einem Mund. Was ist denn hier passiert? Was ist denn nur in dich gefahren? Wieso? Ist was? rief das Mädchen. Ich bin es, eure liebe kleine Lisa. Und dabei ließ sie ein schauriges, meckern, des Lachen hören. Die Mutter konnte vor Schreck überhaupt nichts sagen. Dem Vater wurde es aber jetzt langsam zu bunt. Man konnte richtig sehen, wie er einen zornroten Kopf bekam. Eine große Ader an seinem Hals pulsierte heftig. Ich verlange eine Erklärung! Auch die Mutter hatte inzwischen ihre Stimme wiedergefunden. Lisa, so kennen wir dich ja gar nicht. Was ist denn nur in dich gefahren? Ha! Jetzt haltet endlich mal die Luft an, sagte die falsche Lisa. Hier habe nämlich ich jetzt das Sagen. Ab heute wird sich einiges ändern. Und jetzt Dalli Dalli bringt gefälligst mal das Haus in Ordnung. Das sieht ja hier aus wie bei Hempels unterm Sofa. Und außerdem habe ich langsam Hunger. Wird Zeit, dass ich was Gescheites zu futtern kriege. Da platzte dem Vater der Kragen. Er konnte sich nicht mehr beherrschen und wollte sich auf Lisa stürzen. Etwas, was er noch nie getan hatte. Sein kleines Mädchen war doch immer so lieb bisher gewesen und aufmerksam. Da merkte er, dass er sich nicht mehr von der Stelle rühren konnte. Auch die Mutter stand in der Küche und war nicht mehr in der Lage, sich zu bewegen. Hilflos mussten sie zusehen, wie ihre angebliche Tochter um sie herumging. Sie ist krank, dachte die Mutter. Irgendeine schreckliche Krankheit hat sie befallen, sonst würde sie sich niemals so verhalten. Jetzt hört mir mal gut zu, ihr lieben Eltern, sagte das Wesen und dabei betonte sie, dass liebe Eltern, dass es überhaupt nicht mehr lieb klang. Ab heute weht hier ein anderer Wind. Ich bin nämlich nicht eure Tochter, ich sehe nur so aus. Wer oder was ich bin, tut nichts zur Sache. Und eure liebe Tochter Lisa könnt ihr euch abschminken. Ab heute müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen. Lisas Eltern wurden ganz traurig. Sie mussten an ihre Tochter denken und fragten sich, was aus ihr wohl geworden sei. Ich werde euch jetzt wieder von dem Bann befreien, aber kommt mir nicht auf dumme Gedanken. Und jetzt räumt gefälligst auf und macht was zu essen, kommandierte die falsche Lisa. Den beiden blieb nichts anderes übrig. Sie mussten tun, was das fremde Mädchen, das so aussah wie ihre Lisa, verlangte. Das Wesen aber ließ sich auf die Eckbank in der Küche fallen und war ganz und gar zufrieden. Lisas Eltern waren traurig und verzweifelt. Inzwischen war es auch langsam dunkel geworden und sie wußten nicht, wie es ihrer Tochter, der echten Lisa, ging. Dass sie anstelle der bösen Sonnenblume im Wald auf der Lichtung zurückgeblieben war, hatte die ihnen nicht erzählt. Auf ihre Fragen gab das garstige Wesen keine Antwort. So wurde es eine unruhige und traurige Nacht für Lisas Eltern. Sie standen weiter im Bann der falschen Lisa und mußten tun, was die ihnen befahl. Vierzehntes Kapitel Wie alles begann Die richtige Lisa suchte unterdessen den Weg durch den Wald nach Hause und weil es inzwischen dunkel geworden war, konnte sie jetzt erst recht nicht den Heimweg finden. So langsam wurde ihr ziemlich mulmig zumute. Kalt war ihr nicht, denn es war ja Sommer. Aber sie hatte Hunger und Durst und ihre Beine wollten sie nicht mehr richtig tragen. So erschöpft war sie. Da ließ sie sich am Stamm eines Baumes nieder und begann bitterlich zu weinen. Plötzlich erinnerte sie sich, was der Waldgeist gesagt hatte. Wenn sie in Not war und innerhalb des Waldes könnte sie ihn rufen. Lieber Waldgeist, rief sie und dachte schon, das sei wohl etwas zu leise. Aber da hörte sie wieder das Rauschen und dann vernahm sie die vertraute Stimme. Hallo, Lisa, ich sehe, dir geht es nicht gut. Wie kann ich dir helfen? Ach, Waldgeist, ich bin ja so froh, dass du da bist, sagte sie erleichtert. Ich bin immer da und ich bin überall, jedenfalls im Wald. Ich sehe, dass du wohl den Heimweg nicht mehr findest. Leider ist es jetzt schon zu dunkel, so dass auch ich dich nicht mehr aus dem Wald herausgeleiten kann. Versuch mal ein wenig zu schlafen. Wenn die Sonne wieder aufgeht und du erwachst, sehen wir weiter. Dann kann ich dir helfen. In der Zwischenzeit aber werde ich dir eine Geschichte erzählen. Du wirst darüber einschlafen, aber die Geschichte geht in deinem Traum weiter. Und der Waldgeist erzählte. Es waren einmal zwei Geschwister, die lebten ganz allein. Es hieß, ihre Eltern seien bereits kurz nach ihrer Geburt verschwunden. Was niemand wußte, die Eltern waren sehr böse Menschen und so wurden sie zur Strafe von den hohen Mächten weit weg in ein fernes Land verbannt. Die beiden Babys blieben zurück und weil sie ja nicht allein bleiben konnten, kümmerten sich eine Fee und ein Zauberer um die Kleinen und zogen sie anstelle der Eltern groß. Die Kinder wuchsen auf und dachten, es wären ihre Eltern. Je älter sie wurden, desto öfter kam es vor, daß die Fee und der Zauberer die beiden Geschwister allein ließen. Zwar fragten sie ihre vermeintlichen Eltern, wohin sie denn immer verschwenden, aber sie bekamen nie eine Antwort darauf. So wuchsen sie heran, gingen zur Schule und lernten auch sonst alles, was Kinder können und wissen sollen. Mit der Zeit gewöhnten sie sich daran, daß sie oft allein waren und so kam es, daß der Bruder bald schon sehr faul wurde und alles seine Schwester arbeiten ließ. Die mußte das Haus sauber halten, kochen, waschen und den Garten pflegen. Sie konnte nichts dagegen tun, denn ihr Bruder war stärker als sie und er hatte das Sagen. Die Schwester war erst sehr traurig, aber mit der Zeit wurde sie immer zorniger und weil sie ihren Ärger nicht an ihrem Bruder auslassen konnte, richtete ihre Wut sich gegen alle anderen Menschen und Tiere, denen sie begegnete. Die kleineren Kinder in der Schule litten unter ihrem Jähzorn und auch gegenüber Erwachsenen war sie aufsässig und böse und sie wurde immer garstiger und hartherziger. Die Fee und der Zauberer hatten den beiden einen Beutel mit Geldstücken hinterlassen, von dem sie nun lebten. Dieser Beutel war etwas Besonderes. Er wurde nämlich nie leer und so mußten sie auch niemals Not leiden. Wenn sie etwas brauchten, nahmen sie das nötige Geld aus dem Beutel und kauften es sich. Fünfzehntes Kapitel Der Fluch Als es eines Tages wieder einmal Zeit war, neue Vorräte auf dem Markt einzukaufen, stritten sie mal wieder, wer denn nun gehen sollte. Der Bruder wollte sich in seiner Faulheit natürlich nicht aufraffen und wieder mußte sich seine Schwester fügen. Murrend und grollend zog sie davon, mit zwei Einkaufstaschen bewaffnet hörte man sie auf dem Weg ins Dorf noch lange vor sich hin grummeln. Ja, dieser blöde Hund, also immer, immer muß ich und das muß ich ändern, das also so. Ihr Bruder saß derweil faul auf der Bank vor dem Haus und ließ sich die Sonne auf den Bauch scheinen. Da kam ein altes, gebrechliches Männlein den Weg herauf zum Haus. Er stellte sich vor dem Bruder hin und streckte die Hand aus. »Hörst du mal, was zu essen und zu trinken für mich, ich bin müde vom vielen Wandern«, sagte es mit alter, brüchiger Stimme. Der faule Bruder aber wedelte nur ungehalten mit dem Arm. »Verzieh dich und stör mich nicht, alter Mann, ich habe jetzt keine Lust aufzustehen, außerdem haben wir gar nichts im Haus. Du mußt warten, bis meine Schwester wiederkommt, die holt gerade neue Vorräte vom Markt und jetzt troll dich und lass mich in Ruhe. Damit lehnte er sich wieder zurück und hielt ein Nickerchen. Das Männlein stand noch einen Augenblick da und betrachtete den Bruder mit einem langen Blick. Dann setzte er sich in der Nähe auf einen Stein und wartete. Nach einer Weile kam die Schwester vom Markt zurück, in jeder Hand zwei volle, schwere Einkaufstüten. »Auja, das muß alles werden, das geht, der blöde Kerl, immer der und immer ich und auch...« Man hörte sie schon aus der Entfernung heftig schimpfen. Als sie ans Haus kam, fragte das Männlein auch sie. »Liebes Mädchen, ich bin hungrig, bitte gib mir doch zu essen und außerdem komme ich fast um vor Durst. Ich bin auch ganz weit gewandert und mir tun die Füße weh.« Das Mädchen sah den alten Mann an, als käme er vom Mond. »Zornesröte« stieg ihr ins Gesicht. »Das könnte dir so passen, Alter! Ich mach doch nicht den langen Weg zum Markt, nur um mit den paar Vorräten dahergelaufene Typen aufzupäppeln. Scher dich deiner Wege!« Zornbebend nahm sie ein großes Holzstück vom Boden auf und warf es nach dem Alten. Der konnte sich gerade noch bücken und das Holz sauste haarscharf an seinem Kopf vorbei. Der Bruder, der alles mit angesehen hatte, saß derweil grinsend auf seiner Bank. Das Männlein aber wurde jetzt sehr zornig und rief, »Ihr beiden hartherzigen Menschen sollt es noch bereuen. Es tut mir leid, aber die hohen Mächte haben entschieden. Du, Bruder, bist nicht der so böse, aber stinkend faul. Außerdem bist du mit Schuld daran, daß deine Schwester so garstig und hartherzig geworden ist. Von nun an sollst du als Geist im Wald leben und dort für Ordnung sorgen. Und du, böse Schwester, hast mir nichts zu essen und zu trinken gegeben und auch noch mit einem Holzscheit nach mir geworfen. Außerdem beklagen sich überall die Menschen über deinen Jezorn und all die bösen Dinge, die du angestellt hast. Hier deine Strafe! Fortan sollst du mitten im Wald ganz allein als Sonnenblume dein Leben fristen. Nur einmal im Jahr kann dein Bruder mit Hilfe eines Zauberwortes dafür sorgen, daß du deinen Platz verlassen kannst. Dabei muss er aber über dich wachen. Solltest du davonlaufen oder irgendetwas Böses anstellen, wird die Strafe für euch beide furchtbar sein. Und nur, wenn eine reine Seele für euch bittet, soll Gnade vor Recht ergehen. Und es soll euch verziehen werden. Das gilt aber nur für euch beide zusammen. Eine allein kann nicht erlöst werden. Da hob das Männlein die Arme und rief, So sei es. Es folgten ein Blitz und ein fürchterlicher Donner. Eine Rauchsäule stieg auf und hüllte die beiden ein. Und als sie verweht war, da waren beide verschwunden. Und auf der Lichtung im Wald stand eine große, schön gewachsene Sonnenblume. Und seltsam, das Männlein wischte sich ein paar Tränen aus den Augen und dann war es verschwunden. Sechzehntes Kapitel Heimweg Lisa war tatsächlich eingeschlafen. Als sie am nächsten Morgen erwachte, da war es ihr, als hätte sie geträumt von einem Mädchen und seinem Bruder, die von einem Männlein verflucht wurden und wie sie zu einer Sonnenblume und er zu einem Waldgeist geworden waren. Nun war sie also wach und sie war richtig ein wenig erschrocken, als es ihr dämmerte, daß sie ganz allein im Wald übernachtet hatte. Ach, das noch! Nicht nur, daß sie trotz Verbotes allein in den Wald gelaufen war, jetzt hatte sie hier sogar noch die Nacht verbracht und plötzlich bekam sie ein ganz mulmiges Gefühl. Aber dann fiel ihr der Waldgeist ein und daß der ja über sie wachen wollte. Sie rieb sich den Schlaf aus den Augen, dann regte sie sich und gähnte noch einmal also Lisa, wie geht's denn jetzt weiter? fragte sie sich. Irgendwie muß ich schnell den Heimweg finden und nach Hause zu laufen. Lisa schaute sich nach allen Seiten um, aber vom Waldgeist war natürlich nichts zu sehen. Was hatte der noch gesagt? Du kannst mich nicht sehen, aber ich bin immer da, du brauchst nur nach mir zu rufen und dann werde ich antworten. Hallo, Waldgeist? rief sie leise, aber nichts tat sich, also rief sie noch einmal, diesmal wesentlich lauter. Waldgeist, hallo! Und dann, nachdem sie noch mehrmals gerufen hatte, bekam sie schon Angst, der Waldgeist hätte sie im Stich gelassen. Da bemerkte sich um sie herum wieder das gewaltige Blätterrauschen und sie vernahm die vertraute Stimme des Waldgeistes. Hallo, Lisa, wie ich sehe, bist du wieder wach? Du hast tief und fest geschlafen wie ein Murmeltier. Wo warst du denn nur? Ich habe schon ein paar Mal gerufen. Du sagtest doch, du würdest sofort erscheinen, wenn ich dich rufe. Dieser Stimme klang ängstlich, aber auch erleichtert und ein bisschen vorwurfsvoll. Tut mir leid, auch mir sind ab und zu Grenzen gesetzt. Ich war gerade am anderen Ende dieses riesigen Waldes und hatte da was Wichtiges zu erledigen. Aber jetzt bin ich ja da. Okay, sag mal, Waldgeist, diese Geschichte, die habe ich doch nicht geträumt. Hast du sie mir im Schlaf erzählt? Ja, ja, Lisa, ich dachte mir, du solltest genau wissen, wie sich alles zugetragen hat. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Und der Waldgeist erzählte weiter. Er war als Bruder damals nicht schlecht oder böse, sondern einfach nur faul, und während er als Waldgeist umherzog, da wurde ihm auch langsam bewußt, daß er nicht richtig gehandelt hatte mit seiner Faulheit und was er seiner Schwester damit angetan hatte, und er bereute sein Tun. Mit seiner Schwester war das allerdings ganz anders, sogar als Sonnenblume blieb sie hartherzig und verstockt, und sie sang Tag ein Tag aus darüber nach, wie sie aus ihrer Lage entfliehen konnte. Da kam eines Tages ein altes Weib auf die Lichtung. Es ging um die Sonnenblume herum und schaute sie neugierig an, und die witterte wieder eine Chance, aus ihrem Los zu fragte sie auch das alte Weib, ob es nicht mal zu ihr kommen wollte. Aber rund um den Wald erzählte man sich schon lange Geschichten von einer Sonnenblume mitten im Wald und daß es gefährlich sei, allzu dicht heranzugehen. Das wußte die Alte, also sagte sie, nein, nein, ich darf dir nicht zu nah kommen, denn sonst würde es mir bestimmt schlecht ergehen. Außerdem darfst du mich nicht erkennen. Das sagte sie mit einem seltsamen Unterton. Aber ich habe großes Mitleid mit dir und deinem Bruder und deshalb will ich etwas für dich tun. Sie kramte in ihrem Korb und holte ein kleines Büchlein heraus. Mit diesem Büchlein hier hat es eine besondere Bewandtnis, die Seiten sind alle leer, wenn aber jemand in der näheren Umgebung ein ganz bestimmtes Buch aufschlägt und drin lesen will, dann blättern sich auch die Seiten in diesem kleinen Büchlein um. Du musst dann nur im Geiste eine Botschaft denken und schon erscheint diese Botschaft in dem anderen Buch. Das Weiblein legte das kleine Buch direkt ins Moos neben den Stamm der Sonnenblume und weil es grün war, genau wie die Seiten darin und ziemlich klein, konnte warum Lisa später dieses Büchlein nicht entdeckt hatte. Damit drehte sich die Alte um und verschwand ohne ein Wort zu sagen wieder im Wald und wer genau hinschaute konnte sehen wie sie sich einige Tränen abwischte. Die böse Sonnenblume allerdings grübelte noch eine ganze Weile über die Worte der Alten nach und sie ärgerte sich daß sie sie nicht heranlocken konnte und plötzlich war es ihr als sei ihr das alte Weiblein irgendwie bekannt. Der Waldgeist hatte alles mit angesehen und auch ihm war so als schlummerte tief in ihm eine klitzekleine Erinnerung nur der Nebel einer verwehten Erinnerung. Nachdem die Alte fort war beobachtete die Sonnenblume jetzt ständig das Buch ob sich denn nicht die Seiten bewegten aber nichts tat sich. Eines Tages jedoch nach einer langen langen Zeit war es soweit. Plötzlich klappte das Büchlein auf. Oh dachte sie das klappt ja wirklich. Schnell konzentrierte sie sich auf die Worte Hilf mir. Nach einer kleinen Weile blätterte das Buch selbstständig eine Seite weiter und wieder dachte die Sonnenblume so hilf mir doch bitte. Aber nichts geschah und da sich jetzt eine ganze Weile nichts tat wurde die Sonnenblume ungeduldig und sie dachte noch mal in das Buch hinein. Frag mich und siehe da die Seite blätterte um und es schien eine Frage. Was hat was hat das zu bedeuten? Siebzehntes Kapitel Kleine Helfer Naja du weißt ja selber wie es weiter ging hörte Lisa den Waldgeist sagen Ja rief sie jetzt verstehe ich so konnte sie also mit mir Kontakt aufnehmen als ich mein Buch aufschlug da verschwanden die Buchstaben und die Botschaft der Sonnenblume erschien wo sie jetzt wohl steckt und hoffentlich hat sie nichts Schlimmes angestellt Lisa stand auf und sah sich um aber es war alles fremd sie wußte nicht in welche Richtung sie gehen sollte um nach Hause zu finden Lieber Waldgeist kannst du mir den Weg zeigen wie ich aus dem Wald heraus und nach Hause finde aber natürlich schau mal geh einfach diesem hellen Licht nach und plötzlich entstand vor ihr in der Luft ein etwa Tennisball großer glänzender Funke der setzte sich in Bewegung und Lisa brauchte ihm nur nachzugehen noch eine ganze Weile lang ging es kreuz und quer durch den Wald bis es zwischen den Bäumen heller wurde sie hatte den Waldrand erreicht und da war ja auch der Weg auf dem sie den Wald betreten hatte und den sie immer mit ihrer Mutter nahm wenn sie auf der anderen seite im Dorf einkaufen wollte jetzt kannte sie sich wieder aus ab hier kann ich dir nicht mehr weiter helfen sagte der Waldgeist ich will dir aber einen kleinen Freund mitgeben der kann dir helfen und kaum hatte er es ausgesprochen hörte Lisa zu ihren Füßen etwas rascheln ein kleines Mäuschen schaute unter den Blättern hervor auf der Nase hatte es ein das Mäuschen richtete sich auf seinen Hinterpfoten auf und legte den Kopf schief als wollte es sagen nun komm schon lass uns endlich gehen dabei merkte Lisa daß noch etwas vor ihr im Gras lag es war eine silberne Triller Pfeife der Waldgeist erklärte wenn du diese Pfeife benutzt wird die Gestalt meiner Schwester augenblicklich wieder zur Sonnenblume dann sollst du sie so fort zu mir in den Wald bringen alles andere werde ich besorgen aber gib acht sie kennt diese Pfeife und wird versuchen sie dir weg zu nehmen Lisa bedankte sich bei dem Waldgeist und der antwortete wieder mit dem bekannten Blätter rauschen sie trat aus dem Wald heraus in der Ferne über die Wiese hinweg konnte sie bereits das Haus ihrer Eltern sehen schnell lief sie darauf zu ein bisschen ängstlich war ihr schon zumute denn sie dachte daran daß sie ja gegen ein striktes Verbot gehandelt hatte als sie allein in den Wald gelaufen war trotzdem freute sie sich und war ganz erleichtert daß anscheinend alles glimpflich abgelaufen war aber seltsam normalerweise waren um diese Zeit ihre Eltern draußen und die Mutter werkelte im Garten und der Vater saß meist auf der Bank vor dem Haus wo er seine Zeitung las und sich ausruhte von der Arbeit jetzt aber war alles still und verlassen fast schon unheimlich vorsichtig ging Lisa weiter als sie am Küchenfenster vorbeikam hörte sie drinnen stimmen leise zog sie sich am Fenster sims hoch und schaute ins Zimmer sie konnte ihren Vater erkennen der irgendeine Unordnung aufräumte und da war ja auch die Mutter sie stand am Herd und bereitete eine Mahlzeit zu die beiden waren so beschäftigt daß sie nicht in Richtung Fenster sahen Lisa fiel ein Stein vom Herzen froh daß scheinbar alles in Ordnung war lief sie ins Haus die Unordnung in der Diele bemerkte sie zunächst nicht so froh war sie ihre Eltern wieder zu sehen sie stieß die Küchentür auf Mama Papa bin ich froh daß ich endlich wieder hier bin ihr habt mich sicher schon vermisst schließlich war ich ja die ganze Nacht fort entschuldigt bitte es ist ja so viel passiert ich habe ganz viel zu erzählen sprudelte sie los die Eltern standen mit offenen Mündern da und waren jetzt ganz erleichtert daß offenbar die echte Lisa nach Haus gekommen war noch immer konnten sie gar nicht richtig begreifen was geschehen war obwohl die falsche Lisa ja schon einige Andeutungen gemacht hatte Lisa schaute sich in der Küche um und erst jetzt sah sie auf der Eckbank die andere Gestalt sitzen ihr Herz verkrampfte sich vor Schreck es war das Monstermädchen die ehemalige Sonnenblume und die sah immer noch genauso aus wie sie die Gestalt ließ jetzt wieder ihr meckern des hämisches lachen hören da sind wir ja wieder alle beisammen die liebe Lisa und die lieben Eltern Lisas Eltern schauten andauernd von einer Lisa zur anderen hin und her gingen die Köpfe mindestens siebenundzwanzig Mal und Lisa befürchtete schon dass sie irgendwann abfallen würden aber bevor sie noch einen klaren Gedanken fassen konnte wendete die falsche Lisa wieder ihre Kräfte an und jetzt standen alle drei wie gelähmt da die ehemalige Sonnenblume in Lisas Gestalt baute sich vor ihnen auf und hob drohend den Finger schüttet jetzt jetzt habe ich euch also alle beisammen rief sie triumphierend weiß der Himmel wie du dich befreien konntest da hatte sich ja mein holder Bruder der Waldgeist seine unsichtbaren Finger im Spiel nur gut dass der hier außerhalb des Waldes keine Macht besitzt so bin ich also vor ihm sicher was machen wir denn aber jetzt mit dir Lisa mal überlegen ah ich hab's du wirst meine Lieblings Sklavin ab jetzt wirst du alles tun was ich von dir verlange dabei schaute sie Lisa ganz eindringlich an und die hatte jetzt plötzlich das Gefühl als müsse sie gehorchen jetzt wollen wir doch mal sehen ob es klappt sagte das Monster geh doch mal in die Ecke und mach einen Handstand und siehe da gehorsam wie ein Hündchen ging Lisa in die Ecke und stellte sich auf den Kopf denn sie konnte sich nicht dagegen wehren da ließ dieses garstige Wesen wieder sein hämisches Lachen hören zum Glück durfte sich Lisa wieder richtig herumstellen bevor ihr das Blut zu sehr in den Kopf schoß haha na das klappt ja toll also dann wollen wir der lieben Lisa doch mal ordentlich was zu arbeiten aufbrummen geh mal sofort ins Bad und mach das Klo sauber gehorsam tat Lisa was ihr befohlen wurde ihre Eltern standen nur stumm daneben denn sie konnten nichts tun und auch nichts sagen bis die böse Sonnenblume den Band von ihnen nehmen würde hey was glotzt ihr denn so statt hier stilaugen zu machen solltet ihr lieber zusehen daß ich endlich was zu essen kriege außerdem sieht es ja immer noch aus wie Kraut und Rüben wie bei Hempels unterm Sofa und dann ließ sich die Gestalt wieder auf der Eckbank nieder und war mit sich und der Welt zufrieden 18. Kapitel Wo ist das Pfeifchen Lisa war derweil im Bad und schrubbte das Klo alles war bereits blitzblank aber sie konnte nicht aufhören denn der Befehl war noch nicht zurück genommen worden sie wußte aber sehr wohl daß sie zu dieser Arbeit gezwungen worden war da fielen ihr die Worte des Waldgeistes ein und was er ihr zur Hilfe mitgegeben hatte Mäuschen bist du da rieb sie vorsichtig kurz darauf hörte Spitzennase und einem hellbraunen Punkt darauf lugte um die geöffnete Badezimmertür Mäuschen da bist du ja weißt du keinen Rat was soll ich nur tun die kleine Maus stellte sich wieder auf ihre Hinterpfoten und jetzt sah sie fast ein wenig menschlich aus dann zeigte sie mit ihrer kleinen Pfote auf ihr spitzes Maul und stieß einen leisen Pfiff aus erst wollte Lisa lachen weil das so komisch aussah aber dann erinnerte sie sich plötzlich an das kleine silberne Pfeifchen natürlich was hatte der Waldgeist gesagt wenn sie diese Pfeife benutzt dann würde sich die falsche Lisa wieder in eine Sonnenblume verwandeln danke Mäuschen flüsterte sie erleichtert griff sie in ihre Jackentasche aber oh schreck da war kein Pfeifchen wo konnte sie es nur verloren haben war jetzt alles aus da erinnerte sie sich daß sie ja in der Küche in der Ecke einen Handstand machen mußte na klar dabei war ihr das Pfeifchen sicher aus der Tasche gefallen zum Glück hatte die Sonnenblume das nicht mitgekriegt während Lisa immer noch weiter das Klo schrubbte sie konnte ja erst aufhören wenn die falsche Lisa den Bann von ihr nahm da war es auch schon so weit aus der Küche ertönte die Stimme der Monstersonnenblume putzfrau lieblingssklavin genug geputzt jetzt tanzt mal wieder hier an ich vermisse dich ja so Lisa war erleichtert das war erst die Gelegenheit in der Zimmerecke nach der verlorenen Trillerpfeife zu schauen sie kehrte in die Küche zurück und schaute verstohlen in die Ecke wo sie ihren Handstand gemacht hatte aber die kleine silberne Pfeife konnte sie nirgends entdecken stattdessen hörte sie wie ihr Quellgeist sein meckerndes hämisches Lachen ertönen ließ suchst du etwa das hier das Monstermädchen hockte auf der Eckbank und ließ das Pfeifchen an der kleinen Kette um ihren Finger wirbeln was haben wir denn da ist das nicht dieses olle garstige Pfeifchen mit dem der Waldgeist mich wieder auf den Platz in der Lichtung zurück holen kann ich weiß gar nicht wovon du redest antwortete Lisa schaute an die Decke und tat ganz unschuldig tu doch nicht so blöd dieses Pfeifchen hat dir doch mein holder Bruder der Waldgeist mitgegeben damit du mich wieder in den Wald schaffen kannst aber das könnte dir so passen die Triller Pfeife werde ich von nun an nicht mehr aus den Augen lassen was ist gibt's jetzt endlich was zu essen herrschte sie Lisas Eltern an 19. Kapitel Ein kleiner Retter Die Mutter hatte inzwischen etwas gekocht der Vater war mit dem Aufräumen der Küche fertig und so setzten sich alle um den Tisch die ehemalige Monstersonnenblume Lisa und ihre Eltern während das garstige Wesen vergnügt vor sich hin summte und ordentlich zulangte war den übrigen dreien weniger zur Freude zumute sie hatten keinen rechten Appetit die falsche Lisa dafür umso mehr so gut habe ich lange nicht mehr gegessen sagte sie nachdem sie alles restlos aufgefuttert hatte wenn ich es genau betrachte habe ich ja seit fast hundert Jahren eigentlich überhaupt nichts gegessen nur Sonne und Wasser getankt sie strich sich über ihren Bauch trat einen riesen Rülpser und riß ihren Mund zu einem lauten Gähnen auf dann reckte und streckte sie sich und war drauf und dran ein kleines Nickerchen zu halten kurz vorher besannen sie sich aber wie sieht's denn eigentlich oben im Schlafzimmer aus ist da wenigstens noch im Bett heil da hat's ja auch ausgesehen wie Kraut und Rüben lasst uns nach oben gehen ich will mich ausruhen so kam es daß alle zusammen angeführt von der Monster Sonnenblume die Treppe hinauf stiegen ins Schlafzimmer dort mußten um sie herum zog das böse wesen einen bannkreis den sie nicht überschreiten konnten und es dauerte nicht lange da hörten sie aus richtung bett ein lautes schnarchen die drei waren ziemlich ratlos ich fürchte hier kann uns niemand helfen sagte der vater wir müssen einfach abwarten vielleicht ergibt sich ja irgendwann eine gelegenheit weil sie jetzt erst mal nichts tun konnten ergriff lisa die gelegenheit ihren eltern die ganze geschichte mit dem buch der sonnenblume und dem waldgeist zu erzählen danach schwiegen sie erst mal und jeder hing seinen gedanken nach lisa hatte sich die ganze zeit schon den kopf zerbrochen was sie tun könnten das pfeifchen hatte die monster sonnenblume mitgenommen und jetzt lag es auf dem nachttisch neben dem bett jeder konnte es sehen doch das nützte ja nichts denn die drei konnten ohnehin nicht dorthin gelangen weil sie ja mit dem bann belegt waren da hörte lisa wieder das leise pfeifen sprang sprang herunter und trippelte in richtung nachtschrank dort angekommen schaute es nach oben als überlegte es wie es denn jetzt wohl dort hinauf kommen könnte das mäuschen schaute sich zu lisa und ihren eltern um aber von dort konnte es keine hilfe erwarten dann holte es plötzlich tief luft und spazierte einfach an dem nachttisch hoch als wäre eine ebene fläche plötzlich bewegte sich die falsche lisa und öffnete die augen was ist los ich hab doch was gehört dabei sah sie sich um und weil lisa und ihre eltern nach wie vor in der anderen zimmerecke saßen grunzte sie zufrieden drehte sich auf die andere Seite und schnarchte weiter das mäuschen hatte sich blitzschnell hinter dem wecker versteckt das war aber knapp dachte lisa und auch ihr eltern trauten sich wieder zu atmen dann verfolgten sie gespannt was das mäuschen jetzt tat das schob das kleine pfeifchen vor sich her bis an den rand des nachttischs ganz vorsichtig und leise da bemerkte lisa zu ihrem schrecken was gleich passieren würde das pfeifchen würde vom nachttisch fallen und dabei einen mords krach veranstalten davon mußte natürlich die monster sonnenblume wieder aufwachen das durfte nicht geschehen da sah sie wie das mäuschen einfach am nachttisch entlang wieder nach unten lief aus einer ecke zerrte es einen lappen herbei und platzierte ihn am fuß des nachtschranks dann schaute die kleine maus wieder zu lisa pfiff leise und machte sich wieder auf den rückweg nach oben dort angekommen schob sie die pfeife weiter auf den rand des nachttischs zu gleich gleich war es soweit das pfeifchen würde runterfallen nur noch wenige millimeter hoffentlich würde es auch auf den lappen fallen nicht auszudenken wenn es auf dem blanken fußboden aufkäme und dort einen mordsradau verursachte alle hielten den atem an dann fiel das pfeifchen lisa und ihre eltern waren erleichtert denn oh wunder das kleine mäuschen hatte alles richtig gemacht das pfeifchen war weich genau auf dem lappen gelandet die monster sonnenblume in gestalt von lisa schnarchte noch immer das mäuschen hatte aber noch weiter gedacht es nahm den lappen in sein kleines spitzes maul und zerrte ihn quer durch das zimmer zu lisa die konnte zum glück durch den bannkreis greifen und das pfeifchen an sich nehmen dann nahm sie das pfeifchen in den mund hielt sich die ohren zu und blies so kräftig hinein wie sie nur konnte die eltern pressten sich die hände auf die ohren und verzogen schmerzlich die gesichter das war ja nun wirklich die lauteste triller pfeife die sie jemals gehört hatten zwanzigstes kapitel die verwandlung alle drei starrten in richtung bett die falsche lisa war mit einem grässlichen schrei hochgefahren auch sie hielt sich die ohren zu dann stieß sie laute verwünschungen aus ihr gesicht wurde zu einer schrecklichen grimasse während sie immer weiter schrie seht doch nur was da passiert die mutter umklammerte lisa und den vater mit großen augen sahen sie was da auf dem bett geschah der körper der falschen lisa hatte begonnen sich zu verändern er wurde immer dünner bis er nur noch ein stiel war die haut war ganz dünn und die kleider fielen herab arme und beine verschwanden und auch der kopf veränderte sich auf dem bett lag jetzt keine gestalt mehr stattdessen war da eine große sonnenblume die drei saßen immer noch in der zimmerecke und wagten nicht sich zu rühren eine ganze weile blieben sie noch still sitzen aber nichts bewegte sich auf dem bett vorsichtig probierten lisa und die eltern ob sie sich jetzt wieder frei bewegen könnten und siehe da die sperre war anscheinend nicht mehr da mich laust ein gesicht zu erkennen das gesicht dieser monster sonnenblume aber es sah ganz friedlich aus ja sogar ein wenig traurig die augen waren geschlossen ach die arme man könnte ja glatt mitleid haben sagte die mutter seht doch nur was machen wir denn jetzt ja was machen wir denn jetzt meinte auch lisa ob sie uns jetzt noch gefährlich sein kann immerhin hatte sie so seltsame hypnose kräfte du hast doch erzählt dieser waldgeist habe dir gesagt was jetzt geschehen muss meinte der vater lisa besann sich wieder auf die worte des waldgeistes wie war das noch sie sollten die sonnenblume in den wald schaffen und da würde er alles weitere erledigen gut sagte dann hole ich jetzt mal die schubkarre da packen wir sie drauf und bringen sie in den wald hoffentlich wacht sie nicht vorher auf gesagt getan die drei machten sich zusammen mit der sonnenblume auf in richtung wald dort angekommen tat sich erst mal überhaupt nichts vielleicht sollte ich den waldgeist rufen der weiß ja gar nicht dass wir hier sind sagte lisa waldgeist hallo waldgeist sie warteten eine weile aber nichts passierte warum tat sich nur nichts da fiel lisa ein dass der waldgeist gesagt hatte sie müsse ein paar schritte in den wald hineingehen dann könne er ihr helfen also gingen sie zwischen die ersten bäume und siehe da kaum hatten sie einen schritt getan da begann es wieder in den baumwipfeln zu rauschen und es ertönte die stimme des waldgeistes oh lisa ich bin ja so froh dass es dir gut geht man hat mir schon berichtet dass bei euch im haus allerhand passiert ist sind das deine eltern tach herr waldgeist sagte der vater und machte eine kleine verbeugung auch die mutter nickte in irgendeine richtung wo sind sie denn warum können wir sie denn nicht sehen das das lisa euch erklären jetzt ist nicht die zeit dafür haltet euch mal gut fest es wird gleich ein sturm kommen der die sonnenblume davon wirbelt ich muß mich jetzt beeilen damit alles getan ist bevor sie wieder aufwacht was geschieht denn jetzt mit ihr fragte lisa später lisa später du wirst alles erfahren kaum war die stimme verklungen da spürten sie wieder das wohlbekannte rauschen aber es steigerte sich jetzt mehr und mehr bis es zu einem richtigen sturm wurde die drei hielten einander umschlungen und obendrein klammerten sie sich noch an einen baum und das war gut so denn um ein haar wären sie mitsamt der sonnenblume davon gewirbelt worden die erhob sich nämlich vom sturm getragen in die lüfte und schon sahen sie sie ich habe den eindruck als gäbe es da noch ein großes geheimnis ich habe euch doch vom waldgeist und der sonnenblume erzählt erinnert ihr euch was das männlein gesagt hatte als es die beiden verfluchte nur eine reine seele kann euch retten aber nur beide zusammen der vater nickte ja du hast recht lisa was haltet ihr davon wenn wir zu der lichtung im wald gehen wo du die sonnenblume gefunden hast meinst du du könntest die stelle wieder finden aber sicher rief lisa ich habe ja noch den zettel mit der wegbeschreibung wie war das noch gleich richtung süden und immer gerade aus halt halt rief da die mutter keinen schritt gehe ich weiter ohne eine kleine wegzehrung ich mache uns noch ein paar brote und packe auch was zu trinken ein wer weiß wie lange wir unterwegs sind nach einer weile hatten sie alles beisammen und nun ging es mit hilfe von lisas weg beschreibung auf dem zettel in den wald einundzwanzigstes kapitel wieder auf der lichtung wie viel bäume mußten sie abzählen irgendwann waren sie an der abzweigung angekommen und da war ja auch der kleine kaum erkennbare weg nach links weiter und weiter gingen sie gingen die drei also was müßte jetzt kommen der weg stieg an und ja genau da war ja auch der erste kleine hügel kurz darauf überquerten sie den zweiten hügel nach einer weile sah lisa den letzten wegweiser die kleine tanne hier gingen sie nun genau wie einen tag zuvor lisa direkt in den wald hinein lisa wie konntest du nur so weit in den wald hinein laufen und dann auch noch vom weg herunter nicht auszudenken was da alles hätte passieren können sagte lisas vater ja du hast ja recht papa aber daran hatte ich überhaupt nicht gedacht ich hatte einfach nur den hilferuf im kopf nach einer weile bekam lisa plötzlich eine richtige gänsehaut sie waren an der stelle mit der spinne angelangt und lisa dachte mit einem schaudern daran wie ein ast sich in ihrem pulli verhakt und sie gedacht hatte jemand würde sie festhalten diesmal war es aber nicht so schlimm denn sie war ja nicht allein wenn doch nur am tag zuvor vater und mutter auch da gewesen wären lisa nahm sich vor von jetzt an immer auf die die spinne war inzwischen fast fertig geworden mit der reparatur ihres netzes und konnte sich jetzt auf ihre nächste mahlzeit freuen in gedanken entschuldigte sich lisa bei der spinne aber sie mußten weiter noch war von der lichtung nichts zu sehen nach einer weile wurde es vor ihnen zwischen den bäumen hell vorsichtig gingen sie weiter und endlich hatten sie ihr ziel erreicht dort bot sich den dreien das bild was auch lisa am vortag gesehen hatte auf dem kleinen rasenstück in der mitte der lichtung stand die sonnenblume vorsichtig gingen sie näher und als sie nur noch ein paar schritte entfernt waren da drehte sich plötzlich der kopf der sonnenblume in ihre richtung lisa erschrak aber wieder sah das gesicht unendlich traurig aus da bist du ja lisa nie hätte ich gedacht daß du hierher zurückkommen würdest nach allem was du mit mir erleben mußtest ja und ich habe diesmal auch meine eltern mitgebracht sagte sie so richtig geheuer ist es mir aber trotzdem noch nicht ich hoffe du wirst uns nicht wieder erstarren lassen schossen ach nein keine angst irgendetwas ist mit mir passiert es ist als sei ein großer druck von mir gewichen und ich erkenne jetzt daß es nicht richtig war dich so zu benutzen falsch gemacht hatte aber leider konnte und durfte ich nicht mit dir darüber reden was jetzt sein wird weiß ich allerdings auch nicht 22. Kapitel Begnadigung und Bewährung kaum hatte er das gesagt da erschien ein Blitz ein Donner ertönte und eine Rauchwolke stand auf der Lichtung nur ein paar Schritte von ihnen entfernt und aus der Wolke heraus traten ein kleines altes Männlein und eine alte Frau beide schlurften sie gebückt näher Lisa wollte ihren Augen nicht trauen die alte Frau kannte sie vom Flohmarkt von ihr hatte sie das Buch und auch die Sonnenblume erkannte sie als die alte die sie auf der Lichtung besucht hatte beiden Geschwistern war natürlich auch der alte Mann bekannt und die Sonnenblume bekam ein richtig schlechtes Gewissen als sie an die Sache mit dem Holz scheit dachte sie gab ein stöhnen von sich ups ertönte da die Stimme des Waldgeistes mir ist als würde ich die beiden kennen natürlich mein lieber sagte der alte Mann wir sind es die beiden alten mir habt nichts zu essen und zu trinken gegeben und du hast auch noch mit einem Stück Holz nach mir geworfen ja sagte die Frau und ich habe dir und Lisa die magischen Bücher gegeben aber was wir euch erst jetzt sagen dürfen wir sind eure richtigen Eltern das glaube ich jetzt nicht sagte die Sonnenblume ihr unsere Eltern wir kennen doch unseren Vater und unsere Mutter auch wenn sie uns immer ziemlich lange allein gelassen haben die sahen aber ganz anders aus so wie wir zum Beispiel hörten sie plötzlich eine Stimme alle fuhren herum mitten aus dem Nichts schelten sich zwei Gestalten und als sie näher kamen jubelte die Sonnenblume Vater Mutter da seid ihr ja wieder warum habt ihr uns nur so lange allein gelassen und warum erzählen diese beiden hier sie seien unsere Eltern das seid doch aber ihr irrtum meine Liebe sagte die Fee wir sind nicht eure Eltern und waren es auch nie dein Bruder hat es bereits erfahren weil er sich schon vor langer Zeit zum Guten gewandelt hatte aber er durfte dir nichts verraten denn mit deinem versteinerten boshaften Herzen warst du nicht reif für die Wahrheit Lisa und ihre Eltern sagten keinen Mucks und hörten nur still zu Lisa wußte ja vom Waldgeist bereits wie sich alles zugetragen hatte aber das jetzt auf diese weise bestätigt zu bekommen das war schon ganz schön unheimlich ach herrje sagte die Sonnenblume und sie machte jetzt erst recht nicht mehr den Eindruck einer Monster Sonnenblume was soll denn jetzt nur werden und warum passiert denn das alles jetzt ja das wüßte ich auch gerne faßte sich nun auch Lisa ein wir vielleicht helfen auch die Mutter hatte die Stimme wieder gefunden während der Vater immer noch mit offenem Mund dastand und offenbar nur Bahnhof verstand ihr nicht aber du Lisa sagte jetzt der Zauberer du weißt ja dass alle beide gerettet werden können wenn eine reine Seele für sie bittet und das gilt auch für ihre echten Eltern hier willst du dich für sie einsetzen und für sie bitten ihr meint ich könnte natürlich will ich jubelte sie und schaute in die Runde sie sah lauter gespannte Gesichter bis auf das des Waldgeistes denn der war ja immer noch unsichtbar jetzt hört mal alle zu was die hohen Mächte beschlossen haben sagte die Fee Waldgeist und Sonnenblume ihr sollt noch einmal eine Chance bekommen und wieder normale Menschen werden und auch eure Eltern können zu euch zurückkehren sie haben ihre Strafe verbüßt im Auftrag der hohen Mächte kamen sie als die beiden alten zu euch sie sollten euch testen um festzustellen wie ihr euch entwickelt habt wenn ich doch das nur gewußt hätte jammerte die Sonnenblume und sie sah wirklich sehr geknickt aus den noch gibt ihr müsst euch erst eine Zeit lang bewähren und zeigen dass ihr wirklich gute Menschen geworden seid und diese Chance verdient habt erst dann dürft ihr Menschen bleiben und erst dann dürfen auch eure Eltern wieder zu euch zurückkommen und ihr könnt wieder eine richtige Familie sein was ist wollt ihr das und ob wir das wollen rauschte es in den Bäumen und die Sonnenblume wackelte aufgeregt mit dem Kopf aber wie sollen wir denn beweisen dass wir uns geändert haben und wie können wir uns bewähren da wüsste ich etwas mischte sich jetzt auch Lisas Vater ein hinter dem großen Wald gibt es ein Waisenhaus und ein Altenheim dort werden immer helfende Hände gebraucht nun gut so sei es aber denkt immer daran es ist vorerst alles nur auf Probe sollte sich herausstellen daß ihr euch noch nicht geändert habt so werdet ihr euch beide erneut als Waldgeist und Sonnenblume im Wald wiederfinden sagte der Zauberer und er sagte das besonders in Richtung Sonnenblume die Fee an seiner Seite lächelte ein gütiges Lächeln und beide hoben die Hände es folgten wieder ein Blitz und ein Donner und eine Rauchwolke entstand und als sie verweht war da standen ein Junge und ein Mädchen in der Mitte der Lichtung sie waren etwas älter als Lisa und sie sahen ein bisschen verwirrt aus Lisa konnte sich doch bereits denken wer das sein waren allerdings verschwunden 23. Kapitel Robert und Anne Zögernd gingen die fünf aufeinander zu und plötzlich lagen sich alle in den Armen Hallo Lisa ich bin Anne sagte das Mädchen und das ist mein Bruder Robert und jetzt dürfen wir auch unsere Namen verraten plötzlich sah Anne ganz verlegen aus ich hoffe ihr könnt mir verzeihen ich habe euch ja ziemlich übel mitgespielt wenn ich nur wüßte wie ich das wieder gut machen kann ach Anne das war schon ein ziemlich irres Abenteuer du glaubst gar nicht wie verwundert ich war als sich plötzlich die Buchstaben in dem Buch so seltsam verhalten haben jetzt mischte sich auch Robert ein Nun wollen wir aber mal alles tun um den hohen Mächten zu beweisen dass wir diese Chance verdient haben und nur so können wir ja auch unsere Eltern erlösen und in Zukunft vielleicht auch eine Familie werden so wie ihr genug geredet sagte Lisas Mutter jetzt gehen wir erst mal zu uns nach Hause es ist ja noch ein ganz schönes Stück wenn übrigens jemand Hunger hat hier sind Brote und etwas zu trinken wow das ist ja eine tolle Idee rief Robert und Anne meinte sie könne auch wieder etwas vertragen daß sie sich als falsche Lisa erst vor kurzem den Bauch voll geschlagen hatte erwähnte sie lieber nicht und dann hauten sie erst einmal kräftig rein es war für alle genug da auf dem Heimweg gab es viel zu erzählen und die Zeit verging wie im fluge schließlich waren sie wieder zu hause und wie geht's jetzt weiter meinte Lisa sie dachte an die Worte des Zauberers und dass ihr Vater die Idee mit dem Altenheim und dem Waisenhaus gehabt hatte also ich werde mal anrufen ob die dort tatsächlich jemanden brauchen sagte der Vater und ging ins Haus um zu telefonieren ganz stumm und gespannt saßen die anderen da schließlich kam er zurück hey es hat geklappt rief er die haben sich ja fast ein Bein abgefreut als ich ihnen das mit den beiden Hilfskräften erzählte und stellt euch vor beide Häuser gehören zusammen und der Leiter ist ausgerechnet mein alter Freund Max er sagte von ihm aus könnten wir gleich kommen bei diesen Worten herrschte ein allgemeiner Jubel nur Lisa konnte sich noch nicht so recht freuen es hätte ihr gut gefallen wenn die beiden noch hätten dableiben können sie waren zwar ein paar jahre älter als sie aber sie verstanden sich mittlerweile schon sehr gut es gab ja noch so viel zu erzählen aber sagte sie sich aufgeschoben ist nicht aufgehoben dann fahrt ihr mal sagte die Mutter ich habe hier noch jede Menge zu tun sie umarmte die beiden noch einmal und man merkte ihr an dass sie sich aufrichtig freute Lisas Vater hatte inzwischen das Auto vors Haus gefahren denn sie hatten ja noch einen ziemlichen Weg vor sich selbst mit dem Auto war es bis auf die andere Seite des riesigen Waldes ein ganz schönes Stück am Altenheim und am Waisenhaus angekommen gab es erst mal eine stürmische Begrüßung zwischen Lisas Vater und seinem alten Freund Max der war lange im Ausland gewesen und erst kürzlich wieder zurück gekommen und er freute sich aufrichtig über die personelle Verstärkung Anne und Robert konnten sich aussuchen wo sie arbeiten wollten und da Robert schon immer sehr kinderlieb war übernahm Anne die Stelle im Altenheim kurz bevor sie wieder nach Hause fuhren nahm Lisa Anne an die Seite sag mal was ist eigentlich mit euren Kräften kannst du immer noch Leute beherrschen oder hypnotisieren und woher habt ihr diese Kräfte eigentlich also wenn du es nicht weiter erzählst ja unsere Kräfte haben wir noch ich kann machen daß die Menschen tun was ich ihnen auftrage und Robert ja der kann sich nach wie vor wie ein Waldgeist unsichtbar machen diese Kräfte haben uns der Zauberer und die Fee verliehen als wir verwandelt wurden wahrscheinlich weil sie sich doch wohl irgendwie um uns sorgten zum Glück hat noch niemand daran gedacht uns diese Fähigkeit wieder zu nehmen wir müssen uns aber sehr vorsehen und dürfen diese Gaben nur zu guten Zwecken anwenden Lisas Vater und sein Freund Max kamen zusammen mit Robert jetzt auch dazu die beiden Männer verabschiedeten sich und Lisa Robert und Anne umarmten einander noch einmal auf dem Rückweg saß Lisa sehr schweigsam und in Gedanken versunken im Auto und wenn man ganz genau hinsah konnte man ein kleines Lächeln erkennen nun ja dachte sie bei sich da haben die beiden also noch ihre besonderen Fähigkeiten und ich hab ja das Buch wer weiß welche Abenteuer sich daraus in Zukunft noch entwickeln Ende und dann die lächeln und die lächeln haben und lächeln und die lächeln